Musik 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 Wir sind jetzt zusammen im Namen von Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Horch ein Rufer, bahnt den Weg des Herrn in der Wüste, macht die Strasse gerade für unseren Gott. Grüezi miteinander, wir feiern heute den 3. Apfent-Sontag. Im ganzen Apfent begleitet uns eine Hoffnung auf ein Licht, auf ein Licht, das vom Himmel her auf unsere Erde scheint und uns eine Botschaft bringt. Ein Licht, das denen sagt, die jetzt wegen Corona einsam zu Hause oder im Pflegezentrum sind. Ein Licht, das den Menschen sagt, Gott lasse dich nicht im Stich. Ein Licht, das den Menschen sagt, die zu Nacht schlaflos in ihren Spitalbetten liegen, schaut der Morgenbericht an. Wir warten auf ein Licht, das den Menschen sagt, die ihren eigenen, düsteren Gedanken gefangen sind. Schau, die Welt ist weit und der Himmel ist offen. Wir sehnen uns nach etwas Hellen, was auch hell macht in euer Sinne. Und wir singen jetzt miteinander, O Heiland, reiss die Himmel auf. 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 O Heiland, reitz die Himmel auf. ZANG EN MUZIEK 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 könnt leicht werden. Amen. Wir hören jetzt eine Lesung aus der Bibel vom Kirchenpfleger Rees Peter. Wir hören jetzt aus der Bibel den Propheten Isaiah, Kapitel 60. Mache dich auf, wer da nicht. Mache dich auf, werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn ist aufgestrahlt über dir. Über dir wird Gott aufstrahlen und seine Herrlichkeit wird erscheinen über dir. Und Nationen werden zu deinem Licht gehen. Blicke auf, ring es um und sieh. Dann wirst du es sehen und strahlen. Und dein Herz wird beben und sich öffnen. Wort von der Heiligen Schrift. Und jetzt gehören wir den Kanon. Mache dich auf, werde Licht. 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 Wenn dein Licht kommt. Mache dich auf und werde Licht. Mache dich auf, werde Licht. Mache dich auf, werde Licht. Wenn dein Licht kommt. Wir machen uns jetzt miteinander auf den Weg zu einem besonderen Licht, in dem Menschen leuchtet, die ganz besonders Trost und Kraft nötig haben. Wir sind jetzt im Kinderspital in Zürich angekommen. Grüezi, Herr Professor Grotzer, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Wir gehen mit Ihnen gemeinsam jetzt zum Light Space von James Turrell und möchten Ihnen dort auch noch einige Fragen stellen, bitte. Freut mich sehr. Willkommen. Dankeschön. Danke. In belastenden Situationen Raum und Unterstützung zu bieten, das ist das Ziel von Kunst im Kinderspital. Wir befinden uns jetzt hier im sogenannten Lichtraum, Light Space von James Turrell, einem weltberühmten amerikanischen Künstler, der diese Arbeit dem Kinderspital geschenkt hat. Es soll dazu dienen, den kranken Kindern, aber auch deren Familienangehörigen sowie den Mitarbeitenden im Spital in Situationen von Angst, Trauer, Wut und Stress zu helfen, diese Situation besser zu bewältigen. Sie sollen hier sich in diesem Raum wohlfühlen, sich hinsetzen können, sich dieser elliptischen Lichtquelle hingeben, das Licht langsam aufnehmen, sehen, wie es fließt, wie sich die Farben verändern und so hoffentlich auch ihre Gedanken und Gefühle fliessen lassen können. Und dann wäre natürlich das Ziel, dass sie dies als Energiequelle nutzen, um neue Hoffnung und Zuversicht und Freude zu finden. Der Raum ist ein ganz spezieller Ort, wo auf eine sehr clevere Art und Weise mit Licht und Farb geschafft wird, wo man innerhalb von 1-2 Minuten komplett in einer anderen Welt ist und ganz neue Gedanken kann nachgehen. Insofern eine Oase, eine Insel, mitten im hektischen Spitalbetrieb. Ich gehöre sicher zu denen, die häufig in diesen Raum kommen, sei das für spezielle Gespräche, sei das für mich selber, sei das auch mit Patientinnen oder Patienten. Ich bedanke mich ganz herzlich. Sehr gerne. Ich bedanke mich ganz herzlich. Nach Gott betrüft die Tomaskeit, das Traum der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Höhen greift, ein Heiland aller Weib zu greift. Der Weib und der Leib am Ende singt, der Weib und der Leib mit Freuden singt. Galob, sei mein Gott, mein Schäferreicher Gott. Wir haben uns von Professor Grotzer, dem Direktor des Kinderspitals, verabschiedet. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu einem weiteren Lichtpunkt. Carole Luise, du bist Kunsthistorikerin und du hast uns die Werke von Turrell bekannt gemacht und uns jetzt auch hierher geführt. Was bedeutet diese Lichtinstallation für dich, speziell in einer dunklen Zeit oder speziell heute am 3. April? Erfreuen, Trösten, Stärken. Das ist das, was wir gesehen haben im Kinderspital, in diesem wunderschönen Andachtsraum, Meditationsraum von James Turrell. Das ist eine Kraft, die daraus entsteht, wenn man sich in diesem Raum hingibt, wenn man sich auf das Licht einlässt, auf das Licht spielt, den Lichtfluss. Das ist auch etwas, was ich selbst erfahren durfte und gerne erfahren hätte. Ich war im Sommer auch im Kinderspital. Mein Sohn hatte eine ungeplante Operation. Ich wusste nichts von diesem Raum und wie froh wäre ich gewesen, hätte ich auch gewusst, dass es so einen Raum gibt, wo man sich zurückziehen kann. Ich kannte andere Arbeiten von James Turrell schon und andere Lichträume und von daher ist mir das ein großes Anliegen. Aber umso schöner, dass wir jetzt auch noch eine neue Arbeit im Tageslicht zeigen können, die auch noch eine andere Facette von James Turrell zeigt, von seinem Schaffen und natürlich auch auf einem kleineren Raum. Und das ist mir sehr wichtig. Das ist auch eine Botschaft eben, dass James Turrell mit diesem scheinbar einfachen, armen Material, mit dem Licht arbeitet und damit aber so eine grosse Aussage erzielt. Jetzt hast du ja ein Favorit unter den Weihnachts- und Abendsliedern, eine Vorliebe, die ich nicht unbedingt teile. Vielleicht erzählst du mal etwas darüber, über das Lied, das wir jetzt gerade werden hören und singen miteinander? Ja, sehr gerne. Also so wie das Licht natürlich für Weihnachten steht und ein adventliches Symbol ist, ist es für mich natürlich auch der Tannenbaum. Wir hören jetzt dann das Lied O Tannenbaum. Für mich ist es mein absolutes Herzenswunsch und Lieblingslied. Ich bin damit groß geworden. Das war das Lied, das wir sogar im Sommer auf Autofahrten gehört und gesungen haben, wenn uns nichts anderes mehr einfiel. Eben und gerade die dritte Strophe, dein Kleid will mir was lernen, Trost und Kraft und Beständigkeit gibt das eben dieses Symbol des Baumes. Das ist für mich schon wirklich so und ich bin ein riesen Adventsfan. Ich dekoriere jedes Jahr mit mindestens zwei Adventsgrenzen und überlege mir schon die Dekoration für dieses Jahr, für das nächste Jahr. Also ich bin da mittendrin und mache das mit meinem Sohn mit großer Freude und deswegen, ja, es ist mein Lieblingslied und ich freue mich riesig drauf und es ist so schön, dass wir es jetzt hören dürfen. Ja. Vielen Dank, Carola. Sehr gerne. Vielen Dank, Carola. Vielen Dank, Carola. Vielen Dank, Carola. Ich habe Ihnen einen Vortrag über die Werke von James Tyrell in der Kirche Ballgerist mit Kunst und Theologie, wo wir schauen, wie das zusammenspielt. Jetzt mit diesen Werken von James Tyrell, mit diesen Liechten, was sagen Sie dir heute speziell für den dritten Apfent? Jetzt ist gerade das Grüne hier und grün ist die Farbe der Hoffnung. Die Kunst drückt für mich die Hoffnung auf, die in jedem Gottesdienst ist, aber vor allem mit dem dritten Apfent. Es kommt ein Licht und es kommt noch. Am vierten Apfent, die Grosswechnacht und gleichzeitig ist es schon da. Es ist ein geschenktes Licht und wenn man diese Kunst anschaut, vor allem im Dunkeln, im Twilight, in der Dämmerung, dann sieht man es. Und diese Dämmerung heisst ja, dass es schwierig ist. Wir leben in einer Corona-Zeit. Jetzt hat es Schwieriges und gleichzeitig hat es Licht. Und das ist natürlich symbolisch. Es gibt Menschen, die helfen. Es gibt Diakonen, Pfarrerinnen und Pfarrer, Kirchengemeinden, die unterwegs sind für andere Leute und die anderen können vielleicht sein. Jetzt weiss ich, dass du das Weihnachtslied Marina oder das Apfent-Lied Maria durch einen Dormwald ging sehr gerne hast. Und vor allem eben auch wegen dem Kyrie eleison, das da drin vorkommt. Wieso das? Kyrie eleison heisst ja, Herr erbarme dich. Und das heisst, wir sind in jedem Leben etwas Dunkels. Und viele Leute sind jetzt einsam, wissen nicht weiter. Corona-Zeit. Viele Leute sterben einsam, die 5'000 Menschen, die aus Corona gestorben sind. Und dann sagen Kyrie eleison, das ist nicht gut. Das ist ganz, ganz schwierig. Und trotzdem gibt es noch das Licht. Und das versuchen wir in der Kirche, und da sind wir als Kirchenpfleger, die neue Kirchengemeinde, neu unterwegs. Und da ist das Bild wieder schön, das sich dauernd ändert. Wir sind als Kirche auch neu unterwegs. Wir machen Gottesdienste am Fernsehen. Wir machen für das Internet. Wir gehen neu auf die Leute zu. Telefonseelsorge, in die Spitale. Wir versuchen neu verändernd Licht zu sein. Für Zürich, für den Kanton und für die Menschen. Und das gefällt mir. Und ich hoffe einfach, dass etwas von diesem Licht heute auch an einem 3. Advent für die Menschen weitergeht. Danke vielmals, Reis Peter. Und wir hören und singen jetzt vielleicht, dass es auch gerade miteinander Maria durch ein Dornwald ging. Drei mal in die Kirche. Und wir hören und singen jetzt noch nicht mal, aber wir hören und singen jetzt noch nicht mal, Jesus, Maria durch sein Dummer ging, wie in Rot im Süden war kein Lange tränen, Jesus und Maria. ZANG EN MUZIEK 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 Bei Kunstwerchen, auch wenn sie mit dieser Kunst vielleicht nicht so viel anfangen können. Ich glaube, da verfolgt Kunst und Kille jetzt mal wirklich ein Ziel. Wir wollen den Menschen Licht bringen. Ein Licht, das verändert. Manchmal muss sich das Licht halt irgendwie wie einen Weg bahnen, das zu uns kommt. Manchmal ist es schwierig, dass es durchdringt. Darum haben wir auch miteinander gesungen, oh heiland, reiss die Himmel auf. Mach auf, dass das Licht kann zu uns kommen. Jetzt mit dieser ganzen Corona-Pandemie, da leben wir in einer schwierigen Situation. Das ist so. Aber ich denke manchmal auch, warum sollen wir jetzt immer nur in das Schwarze und in das Dunkle schauen? Weil es gibt auch die Erfahrung, nebst dem Schweren, nebst dem Komplizierten, gibt es auch die Erfahrung, dass das Licht, wo man darauf wartet, eigentlich schon da ist. Das leuchtet da und dort mal wieder auf. Und ich sehe das bei uns in der Kirchengemeinde zum Beispiel, wenn man trotz schwieriger Situationen, und man muss an die Maske anhaben, und man muss Abstand haben, aber die Menschen geben nicht auf, miteinander Kontakt zu haben und in Kontakt zu bleiben. Oder ich sehe, dass Nachbarn aneinander sagen, ich gehe auch Posten, soll ich dir gerade etwas mitbringen, was da im ersten Lockdown aus Posten und so schwieriger geworden ist. Oder ich sehe Familien, die miteinander Unsicherheit aushalten, vielleicht sogar Angst um jemanden, der erkrankt ist. Das sind Situationen, in denen ich das Licht von Gott jetzt schon bei uns in der Welt leuchtet sehe, trotzdem eben, dass es vielleicht manchmal dunkel ist. Und ich weiss auch jetzt in diesem Advent, wo wir auf das Licht hoffen, dass eigentlich keine Nacht so dunkel kann sein, dass nicht auch irgendwie das Licht von Gott in die Nacht scheinen könnte. Und das ist das, was ich uns jetzt mal allen einfach wünsche, dass wir die Augen aufmachen können und das Licht sehen können. Ich wünsche uns, dass Gott die Hindernisse aufbricht, dass das Licht auch zu uns kommen kann und nicht zuletzt, dass wir selber Licht werden können. Und auch vielleicht andere Leute, dass die Leuchten des Lichts von Gott im Advent auf unserem Gesicht sehen. Das Lied, das wir jetzt miteinander singen wollen, das gehört zu meinen Favoriten. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen kann, unsere Nacht nicht endlos sein. Das ist so meine Hoffnung im Advent. Amen. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen kann, unsere Nacht nicht traurig sein. Wir beten jetzt miteinander und füreinander. Guten Gott, ich danke dir für die Musik und für die Lieder im Advent. Sie bringen mir Licht. Wir bitten dich, mach du unsere Herzen und unsere Seele ganz weit, dass du einen Platz findest bei uns. Du führst mich hinaus in Streitern, du hast meine Hindernisse. Wir danken dir für alle Kunstwerke, die uns berühren und trösten. Wir bitten dich für alle kranken Kinder, für alle Erwachsenen und Betagten sowie ihre Familienangehörigen. Schenke ihnen Trost und Trost und Trost, die sie hebt und trägt. Schenke auch ihnen allen Kraft und Trost zu jeder Zeit. Du führst mich hinaus in Streitern, du hast meine Fünsternisse. Lieber Gott, wir danken dir, dass du uns rausführst ins Weite. Wir bitten dich aber auch für alle, die kaum etwas mit der Kunst anfangen können, die sich nicht berühren lassen oder fast nicht von deinem Licht, von einem Neuanfang, der verändert. Wir bitten dich speziell auch für alle in den pflegenden Berufen, in den Altersheimen, im Gesundheitssektor, die sich jetzt so einsetzen für die Gesundheit für uns alle. Bist du bei ihnen, mach, dass sie leicht können für andere, für die Angehörigen. Und eben Gott, wir bitten dich aber auch für alle, die fröhlich sind, trotz Corona-Zeit, die sich freuen auf dein Fest. Du führst mich hinaus in Streitern, du machst meine Fünsternisse. Wir betten jetzt miteinander, wie Jesus seine Jüngers klärt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So gehen wir jetzt alle in den dritten Pfänd, fröhlich, zuversichtlich und hoffnungsvoll mit dem Sagen von unserem Gott. Der Ewige segne dich und behüte dich. Gott sei mit dir in frohen Stunden, Gott sei mit dir in schweren Stunden, wo du weder ein- noch ausweist. Der Ewige lasse sein Antlitz dir leuchten und sei dir gnädig. Gott sei mit seinem Licht bei dir und in dir und mache dein Leben leicht und hoffnungsvoll. Der Ewige wende sein Antlitz dir zu und gebe dir Frieden. Gott wird dich nicht vergessen und er schenke dir die Ruhe und Gelassenheit, die nur er dir so geben kann. Amen. 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 Amen.